...mit einem damaligen Beifahrer-Polo wieder auf Ramperein vor der Klappenberg. Die Klappenberg ist in der Lauf der Jüngling schon 20 Jahre alt. Die Klappenberg, zunächst gestern auch an zwei Hinterwärter mit 2L1. Die Klappenberg hat schon 65 Capri-Siege auf seinem Konto. Das sind nur Leute wie beispielsweise Adolfini vor ihm oder wie Mike Helmut, die Klappenberg ist in der Lauf der Jüngling. Die Klappenberg ist in der Lauf der Jüngling. um dem Nrung herzustellen, in der Lauf der Jüngling, 2.08.95, in der Nähe des offiziellen Regals ist man, ein gespanntes Gestürz gewesen, steht jetzt drüben am Streckenrand, hat sich quergestellt und seitwärts weggekippt. Das war die Stadt Nr. 16 aus Schweden, Willi, Gjellros, Peter, Bergen, weil es war ok, schieben das Gespann jetzt ins Innenfeld, weg von der Strecke, sie kamen etwas schräg heraus aus dieser Biegung und dann ist das Gespann auf zur Seite gekippt. »Nimmhainheit« »Nimmhainheit«